Der zehn Jahre alte Junge mit dem Lockenkopf hockte auf der hinteren Sitzbank in dem kleinen Ruderboot und versuchte, so still zu sein, wie er konnte. Er schaute kurz zu seinem Vater hinüber, der an den Rudern saß, und spürte, wie ihm innerlich ganz warm wurde. Bei Papa zu Besuch, endlich wieder. Der letzte Besuch hier oben war schon eine Weile her. Mama hatte nämlich gehört, was da passiert war. Ja, in Papas Haus weit oben im Wald, fast im Gebirge, dem Haus, das Mama als Bruchbude bezeichnete. Er hatte zu erklären versucht, dass das keine Rolle spielte, weil Papa nicht solche Mahlzeiten kochte wie Mama, und dass er im Haus rauchte und im Wohnzimmer ein Gewehr hatte. Damit wollte er doch Schneehühner schießen, keine Menschen. Aber Mama hatte nicht hören wollen. Keine Besuche mehr. Sie hatte sogar die Polizei angerufen. Oder vielleicht nicht die Polizei, sondern Leute, die gekommen waren und am Küchentisch mit ihm geredet und Sachen in ein Notizbuch geschrieben hatten. Und danach hatte er Papa nicht wiedergesehen. Bis jetzt. Der Junge hätte gern gesagt, dass er seit dem letzten Mal Bücher gelesen hatte über Angeln und Fischen, in der Bibliothek, dass er jetzt die Namen von vielen Fischen kannte. Lavarett, Saibling, Lenkfisch, Forelle, Lachs. Und dass er wusste, dass es in solchen Seen wie diesem keine Hechte gab, weil sich der Hecht gern im Schilf versteckt. Schilf wuchs hier nicht. Hier reichte das Moor bis ans Ufer, aber er hielt den Mund, denn das hatte er gelernt. Beim Angeln soll man eigentlich gar nichts sagen. Und wenn doch, dann ganz leise. Und nur, wenn Papa zuerst etwas sagt. Erste Tour in diesem Jahr auf dem Svadjön, flüsterte der Vater und lächelte ihn durch seinen Bart hindurch an. Immer von neu magisch, flüsterte der Junge zurück und spürte wieder den schönen, warmen Strom durch seinen Körper laufen, als der Vater ihm zuzwinkerte. Der Junge hatte oft versucht, es Mama zu erklären, das mit Papa, dass er so gern hier war, die Vögel vor dem Fenster, den Duft der Bäume, das Geld nicht immer wichtig war, dass es nicht Papas Schuld war, dass niemand seine Zeichnungen kaufen wollte, dass man essen konnte, ohne sich vorher die Hände zu waschen, ohne Tischdecke. Aber sie wollte nicht hören, aber sie wollte nicht hören, und manchmal war es so schwer, die richtigen Wörter zu finden. Deshalb hatte er einfach aufgehört, das zu versuchen. Bei Papa sein. Er hob den Blick zu den Wolken und hoffte, sie würden bald verschwinden. Es sollte sternenklar sein. Dann kam der Fisch. Der Junge schaute wieder zum Vater hinüber, zu den starken Armen, die still die Ruder durch das fast kohlschwarze Wasser zogen, und er hätte gern gesagt, dass auch er ein bisschen trainiert hatte. Bald würde er es schaffen, das Boot zu rudern, aber er sagte nichts. Nicht im Fitnesscenter, wo Mama hinging, da hatten Kinder keinen Zutritt. Er hatte es zu Hause in seinem Zimmer gemacht, seit fast einem halben Jahr so ungefähr jeden Nachmittag, Liegestütze und Push-Ups. Und ja, er hatte sich mehrmals im Spiegel betrachtet, aber seine Muskeln waren nicht sehr viel größer geworden. Dennoch, er hatte immerhin einen Plan, im nächsten Sommer vielleicht. Dann könnte es doch endlich wirken. Der Junge hatte sich vorgestellt, wie es sein würde. Er würde mit dem Rucksack auf dem Rücken durch das Tor kommen, vielleicht mit einem der T-Shirts, wie die Männer in Mamas Fitnesscenter, welche hatten, mit großen Armen, dicken Muskeln, die das Boot problemlos rudern konnten. Und dann könnte Papa auf der Rückbank sitzen, während er selbst die Riemen durch das Wasser zog. Ohne Bier gibt's keinen Angeltörn, flüsterte der Vater und zwinkerte noch einmal, während er sich zwischen seine Knie bückte und noch eine von den grünen Dosen öffnete, die unten im Boot lagen. Der Junge nickte zur Antwort, obwohl er wusste, dass das zu den Dingen gehörte, über die Mama mit den Leuten gesprochen hatte, als die zu Besuch gekommen waren, dass Papa zu viel trank und dass das verantwortungslos war. Der Svadyan, der geheime schöne See oben im Gebirge, den nicht so viele kannten, und jetzt waren sie beide hier draußen. Deshalb versuchte er nicht mehr daran zu denken, dass Mama gesagt hatte, dass das nicht mehr vorkommen würde, Besuche bei Papa, dass das hier vielleicht das letzte Mal war. Der erste Wurf, flüsterte der Vater und legte die Ruder ins Boot. Fliege oder Kunstköder, flüsterte der Junge mit den Locken zurück und wusste, dass das hier wichtig war, auch wenn er noch nicht so ganz begriffen hatte, weshalb. Was meinst du? Ähm, ähm, Kunstköder? fragte der Junge ein wenig unsicher. Dann merkte er, wie angenehm seine Wangen kribbelten, als der Vater nickte, ihn anlächelte und die Dose öffnete, die neben ihm auf der Ruderbank stand. Zu dunkel für Pflege, findest du nicht auch? Finde ich auch, sagte der Junge, nickte und schaute wieder zu den Wolken hoch, tat einen Augenblick so, als habe er nicht bemerkt, dass der Himmel nicht so sternenklar war, wie sie es sich gewünscht hatten. Hier, sagte der Vater, als er den bunten Haken an der Angelschnur befestigt hatte. Ein feierlicher Augenblick, als er die Angelrute übernahm, die der Vater ihm gereicht hatte, und obwohl der Junge wusste, was der Vater sagen würde, gab er vor, er lerne etwas Neues, als der Vater nun flüsterte. Kurze Züge, damit wir den Boden nicht erreichen, okay? Okay? Okay, sagte der Junge und schwenkte die Rute über das Dollbord, die Angelrolle festhalten, die Angelrute heben, zurück, genau im richtigen Augenblick loslassen, und der Junge spürte ein weiteres Mal, wie die Wärme durch den Körper strömte, als er den Blick des Vaters bemerkte, der ihm sagte, dass er alles richtig gemacht hatte, während der bunte Haken durch die Luft flog und mit einem fast lautlosen Platschen das schwarze Wasser traf. »Nicht so viel«, flüsterte der Vater, »und nahm sich noch ein Bier.« »Zupfen! Vorsichtig!« Der Junge tat, wie ihm geheißen, und plötzlich hätte er Mama gern erzählt, dass sie sich irrte. Das Boot, der See, er wollte so gern bei Papa sein, egal, was die Leute mit den Notizblöcken sagten. Vielleicht könnte er sogar herziehen, die Vögel füttern, mit dem Dach auf dem Haus helfen, die losen Steinplatten der Treppe reparieren. Er war so vertieft in diese Gedanken, in die Vorstellung, wie schön alles werden könnte, dass er fast vergaß, dass er die Angelrute in den Händen hielt. »Fisch!« »Was? Du hast einen Fisch!« Der Junge fuhr zusammen und sah, dass sich die Rute bog. Er drehte an der Angelrolle, aber die wollte sich fast nicht rühren. »Oh Gott!« rief der Junge und vergaß ganz, dass er doch den Mund halten sollte. »Shit!« sagte der Vater und rutschte zurück auf die Sitzbank. »Beim ersten Wurf! Und du hast nicht den Boden erreicht?« »Glaub ich nicht!« sagte der Junge und kurbelte aus Leibeskräften. Es ging so schwer, dass das Boot langsam näher zum Ufer hingetrieben wurde. »Bald haben wir ihn!« sagte der Vater, grinste und hob die Arme über das Dollbord. »Oh, verdammt!« »Was ist los?« »Nicht hinschauen, Thomas!« rief der Vater plötzlich, als das, was am Haken hing, an der Wasseroberfläche auftauchte. »Papa! Leg dich ins Boot! Leg dich ins Boot! Nicht hinsehen!« Aber dann schaute er eben doch auf das Mädchen, das unter ihnen im Wasser lag, das blau-weiße Gesicht, die offenen Augen, die im Wasser treibenden Kleider, viel zu wenig, um damit in den Wald zu gehen. »Papa!« »Runter, verdammt noch mal, Thomas!« Der Junge konnte nichts mehr sehen, denn nun stürzte der Vater auf ihn zu und presste ihn auf die Planken des Bootes. Der Junge konnte nicht mehr sehen, dass er die Planken des Bootes ist.